Nächster Bewerb von Sieg und Toren, 3, 3, 2. Katrin Pfeiffer, Esther Korosch, Frinja Helden. Da die Fuhren anlesen, bitte rausnehmen. Roman, Sie können uns gleich an die Echnung rausnehmen. Da die Fuhren rausnehmen. Läden, Sie können uns gleich an die Echnung rausnehmen. Für die Echnung rausnehmen. Okay, okay, ich bin der Echung.